Wir gehen fäulen. Ich habe schon richtig Lust aufzustehen. Ja, mit dem Flügel nach vorne und vom Körper weg. Ja, mit dem Flügel nach vorne. Ja, mit dem Flügel nach vorne. Wir müssen leider an der Stelle abbrechen, weil der Kitesport hier nicht tief genug geworden ist. Ich hätte gedacht, dass man mit dem ganz kurzen Mast hier ein paar Meter fahren kann. Aber ich habe jetzt dreimal Berührung mit dem Grund gehabt und will das Feuer nicht beschädigen. Von daher machen wir demnächst weiter. Okay, Steffen, ich habe hier gesehen, dass hier so komische blaue Teile liegen. Was ist denn das? Ach, die habe ich extra noch mal geholt. Das sind so unterschiedliche Radien und Kanten. Hier haben wir jetzt zum Beispiel 12 Millimeter. Das habe ich die meiste Zeit benutzt. Und dann hält man das nachher so ran und kann das Silikon richtig schön langziehen. Das funktioniert aber alles nur so mittelmäßig, weil ich es halt nicht so richtig kann. Ja, und da hat man jetzt unterschiedliche Dinger hier. Das kann so bleiben, ne? Das kann so bleiben, ja. Was machst du jetzt, Steffen? Jetzt mache ich das glatt. Jetzt schreibe ich das beim Finger. Jetzt gehst du mit dem Finger nochmal drüber. Ja. Und so sieht es dann schön glatt aus, wenn du es so mit dem Finger machst. Siehst du, ja, guck mal, wie glatt das hier jetzt wird. Ja, es wird richtig schön. Ja, guck mal, wie glatt das hier jetzt wird. Mami? Mami? Was ist deine Mami? Eigentlich lacht man über sowas nicht, aber ich mache es trotzdem. Was geil ist. Wo ist deine Mami denn? Die ist vorgegangen. Die hat keinen Bock auf die. Ach so. So, er hat sich hier geboren, das kennt man ja. Ich hoffe. Ey, ich pfeck's jetzt mal hier lang, ne? Pfeck's mal so, dass das hier nicht rein pfeckt. Ja, ich mach mal zu hier. Ich hab ja echt Angst vor Werkzeug. Erst recht, wenn's laut ist und sich schnell dreht. Junge, das ist ein Material, das ist echt unglaublich, wie schnell er schmilzt, ne? Teufelzeug. Alter, das ist gar nicht so leicht zu bearbeiten. Nee. Ich hab gar nicht gewusst. Gar nicht mal so hässlich. Gar nicht mal so hässlich. Nee. Vielen Dank.